so die hot sauce vielleicht bin ich einfach nur bescheuert auch ohne alkohol das ist natürlich also willkommen im club möchte ich da sagen ich brauchte auch kein alkohol für ich kann auch so ein bisschen bluner sein sag mal was machen eigentlich meine träger hier den ganzen tag die sind ja überhaupt nicht am arbeiten dran am seintun das ist ja schlimm alles muss ich hier selber machen wir haben einen halben laden bestückt oder so dann lass uns doch mal nach der neuen lizenz wo sind wir denn level 47 komm wir machen noch einen tag oder ja weil wenn wir jetzt alle lizenzen haben dann ist so langweilig denke ich dann handle ich mich lieber ein bisschen weniger langweilig durch den tag durch so nudeln ja wenn man jetzt nur dann schreiben könnte dann wird auch gut schau mal drei pakete toilettenpapier die sind doch dämlich oder da kannst du mir doch sagen was du willst so Ich habe schon seit fünf Jahren nichts mehr getrunken, davor handelt wirklich viel. Ja, ja, aber wer weiß, wann dieses Foto ist. Die üblichen Jugendsinn. Neh mal das Ding hier raus, stell das mal irgendwo hin. Ah, Jungs, 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 ihr seid im Weg. Die machen mich fertig hier. Circa drei Jahre oder so. Ja, ja, wir kennen die Ausreden. Wir benutzen sie ja selber. Ist ja nicht so, als wenn. Ja, ja, wir kennen das. Wir wollen die Ausreden. Wir brauchen die Ausreden. So, ein bisschen Bienenmüsli und was brauchen wir denn noch, was tun wir denn? Pfeier. Parmesan. Nicht, dass wir wieder einen Ausverkauf machen müssen. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. Ja, besser ist das. Die Frage ist ja jetzt auch, hast du ein Selfie gemacht mit deinem Finger oder haben andere das fotografiert? Na? Das von dir. Du weißt nicht mehr warum du das gemacht hast? Das ist natürlich tragisch. Du weißt nicht mehr. Das heißt, es ist nicht ganz schön anstrengend immer den selben Weg zu laufen. Kein Plan, ja. Ja gut. Wird einen Grund geben. Ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Es wird einen Grund dafür geben. Ihr Spiel macht auf Dauer müde. Es wird einen Grund dafür geben. So, nochmal ganz schnell gekauft. Ich wollte doch sagen, irgendwann störte mich an der Verpackung. Aber es war Sushi. Es war der falsche Sushi. So. 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 So.